Hallo YouTube und willkommen zu dem siebten Part unseres Let's Plays hier in Call of Duty Infinite Warfare. Es folgen jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag um 18 Uhr neue Folgen hier auf EndbossTV. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit der siebten Folge. Okay, wir sind zurück auf unserem Schiff. Und dann schauen wir mal, welche Mission jetzt noch für uns übrig ist. Müsste jetzt eigentlich noch die Hauptmission da sein? Die Operation auf dem Bildschirm, sobald sie bereit sind. Jo, let's do this. Okay, wir haben alle Nebenmissionen so weit abgeschlossen. Und dann gehen wir mal zu der Hauptmission hier auf dem Merkur. Dunkle Mine, alles klar. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist. Und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Oh, wie ich gerade gesehen habe, ist der Planet ja auch ziemlich nah an der Sonne dran. Schiff ist bereit. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, man. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationsgase, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, kriege ich es hin. Versuchen wir es, Captain. Ihr habt's gehört. Springen wir. Okay. Gehen wir mal ganz nah an die Sonne dran. Dann bin ich mal gespannt. Und los geht er. Sprung in drei, zwei, eins. Wuuuuh. Status? Hüllenstabilität niedrig. Wir müssen halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben. Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in drei, zwei, eins. UV-Filter, polarisiert das Glas. Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung. Wo ist der Astroid, Gator? Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Ganz schön hell die Sonne hier. Der Skandal müsste da sein. Bestand. Vesta 3 direkt bei 2. Wow. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. Pots, Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. Saurd, du kommst mit mir. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Saurd? Welche? Der Olympusangriff. Wie viele sind gestorben? 16. Du hast Meg gehört. Es ist nicht leicht. Wann die Arbeit hält. Öffnen wir mal wieder die Tür. Wie immer hier. Captain, Meg ist vorhin mal hier vorbeigekommen. Sie arbeitet an einem Geschenk für Sie beide. Uh. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Geschenk ist. Artat, automatische Anvisierdrohne. Viertes Modell. Feuert auf, was Sie feuern. Meg ist in Ihrem Element. Danke, Chief. Auf Webster gibt es nur enge Winkel und raues Gelände. Ich habe ein paar von Megs neuen Artats, um die Lücke zu schließen. Okay, da es ja viele Roboter sind, brauchen wir diese Energiewaffen. Das ist schon mal nicht schlecht hier. So ein welcher Schuss ist immer gut. Arbeiter-Bots helfen beim Asteroidenabbau könnte nützlich sein. Was nehmen wir denn hier noch? Vielleicht ein Fusionsmagazin lieber. Ja. Damit sich die Munition auch nachlädt, automatisch. Schalldämpfer brauchen wir nicht unbedingt. Hier haben wir ein Fusionsmagazin drauf. Hier nehmen wir mal das LV-Visier mit. Hier haben wir die Drohne, alles klar. Gut, dann legen wir mal los, Leute. Wir wissen noch, wie es geht. Okay, Leute. Let's do this. Wie kommt ein Asteroid zu weit vom Kurs ab? Holen wir uns die Antwort. Wir sind keine Raketenforscher. Wollen wir den Chief holen? Ähm, lieber nicht. Was? Was ist dein Kampfpilot in einem Regenschauer? Was denn? Furz trocken. Weiße Worte, Lieutenant. Ihr Raven ist in Rampe 2. Der Staff Sergeant und seine Männer warten auf Sie und den Käpt'n. Danke, Boss. Die Tauschkörper schrotten Ihre Aviation. Kommen Sie bloß in einem Stück zurück. Mit Gemachstor. Wow. Das ist doch unser Flieger hier. Wieso können wir da nicht rein? Na gut. Ach, müssen wir vielleicht hier rein? Rühren. Kashima, Sie sind mein Kurs. Human Kampf verlieben. Geht es Ihnen gut? Noch stehe ich, Staff Sergeant. So muss es sein. Und Ethan? Mac macht den Kampf bereit. Sehr, Bastard. Das ist unser Fensterradar. Lieutenant Sorter, grünes Licht. Wir sind in our team. Schub in 3, 2, 1. Trennung erfolgreich. Scan Reichweite in 30. Überprüf alle Frequenzen auf Notrufsignale. Verstanden. Funk an. Kein Marine bei dem Tagstern je so nah. Das ist sicher. Hey, hören Sie das, Lieutenant? Wir brechen hier einen Rekord. Mund halten, Kash. Das ist ein Befehl. Die Rotation des Asteroiden schwankt. Eine Minute ungefähr. Das ist 100 Mal mehr als normal. Sehen wir uns die Tagseite an. 900 Grad in der Sonne? Heilige Scheiße. Bring uns in Deckungshort. Roger. Wir haben ein Signal. Nein, niemand hätte das überlebt. Das wissen wir nicht. Die Anlage ist Schrott. Zur Basis zurück und Raines Bericht erstatten. Wir sollten einen Landeplatz finden. Das ist nicht ratsam. Staff Sergeant. Sie wählen die Mission, Captain. Nicht andersherum. Wir gehen da runter. Suchen und retten. Aye, Sir. Da vorne ist ein Hangar. Da können wir landen im Schatten der Sonne. Okay. Roger. Der Landeanflug. Schubrüstung. Los. So. Das ist jetzt auch die Mission, die auf der Gamescom gezeigt wurde. Wer sie auch gesehen hat, kann ja gerne mal einen Kommentar schreiben. Was haben wir hier? Ah. Schubausrüstung. Wir sind jetzt so nah an der Sonne dran. Ich verstehe gar nicht, warum auf einem Asteroiden so eine Basis errichtet wurde. Naja, schauen wir mal. Oh. Los, los. Es muss alles sicher sein. Lamp, Mann. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was passieren wird, Leute. Genau hier. Das ist unser Altenpunkt. Heilige Scheiße. Oh. Die Station bekommt nur Strom in L. Die Generatoren sind sicher hin. Das Licht darf uns nicht rennen. Ja, der nächste Zyklus beginnt jede Sekunde. Wir müssen im Schatten bleiben. Wir haben keine Wahl. Sorter hat recht. Die Solarpaneele geben uns die Deckung, die wir brauchen. Wow. Wie schnell sich hier der Asteroid dreht. Oh. Lauft. Oh. Oh mein Gott. Lauft, meine Freunde. Die Sonne kommt bald wieder. Oh. Sind wir hier in Sicherheit? Scheiße. Das war knapp. Wir hatten recht, Kashima. Wow, ist wie die Sonne. Wir haben den Sonnen kochen und bald kamen. Der Scrum kommt und geht mit dem Licht. Wow. Bleiben wir konzentriert. Nutzen wir es aus. Total irre. Hört ihr das, Leute? Hier müssen wir jetzt auch wahrscheinlich gleich wieder rüber. Kontrollpunkt erreicht. Ich habe unser Signalquelle. Oh, der ist verbrannt, ey. Fuck. Wer hat's wohl draußen erwischt? Der Kerl ist mal gut durch. Ich sehe ein großes Gebäude. Wir müssen nur für diese Luft schläuen. Wow, wie das aussieht, ey. Krass. Wow. 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 Na los, Corporate. Und los, jetzt. Go, boys. Oh, shit. Wow. Fucking hell. Wow, 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 wow. Das war ganz schön knapp, ey. Huh. Okay. Okay, gehen wir hier durch. Ganz schön intensiv bisher hier. Was ist hier Musik? Uh. Hier ist eine Metaschenlampe hier. Was haben wir hier? Uh, Waffenkammer entdeckt anscheinend. Die haben hier fast alles ausgeräumt, was? Sieht so aus. Hier ist nichts für uns drin. Oh. Was ist das? Wir müssen auf uns aufpassen, richtig? Okay, dann nehmen wir die hier mal mit. Apropos, äh, ihr Offizier, ist sie, na ja, zu haben? Wissen Sie, na ja, zu haben, ich glaube schon. Haha. Gut, so wissen wir. Wir müssen auf uns aufpassen. Ganz genau, Captain. Oh, oh. Okay, den Raum haben wir hier ein bisschen gesichert schon mal. Was haben wir hier? Hallo? Das sind Duschen hier, okay. Okay. Hier ist auch nichts. Gehen wir mal, wo war noch, irgendwo war ein Gang noch eben. Ah, genau, hier. Oh, da liegt einer. Hier hat ein Kampf stattgefunden anscheinend. Gehen wir mal weiter hier durch. Hey, ich hab hier was. Lebt der noch? Ne. Oh, Roboter. Oh, oh. Ich werde jetzt kommen gleich Bots, gegen die wir kämpfen müssen. Okay, gehen wir durch. Von diesem Punkt aus suchen wir nach Überlebenden. Ich bin da, Fieber. Gebe Deckung. Wieso haben wir keine Taschenlampe? Oh. Oh, oh. Unbewaffnet. Warum bewegen die sich so? Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, oh. Oh, oh. Okay, das war ja so klar, dass es passieren wird. Alles gut, Kasch. Die sind also böse, diese Drohnen. Vielleicht wurden sie ja gehackt oder irgendwas. Dann hängen die Drohnen am Stromnitz. Genau, Mann. Öffnen wir diese Türrails. Oh, oh. Ob noch jemand am Leben ist? Mal gucken, was hier noch alles auf uns warten wird. Oh. Wir wählen sie, Käpt'n. Oh, oh. Ah. Schießt. Oh mein Gott. Da können wir nicht geerdet. Okay, leben die hier? Oh, 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 oh. Okay, wir können auch in die Luft fliegen. Jawohl. Switchen wir mal die Waffe hier, ihr kleinen Pisser. Was ist das? Was ist das? Ah, wir haben nicht mehr so viele Munition mit der Waffe, sehe ich gerade. Lassen wir mal selbst die Munition nachladen hier. Okay, jetzt ist Nacht. Gehen wir mal hier weiter. Uh, gruselig. Es muss eine Zentralstation oder ein Hauptgott hier geben. Irgendwas für Zugang zum Überwachungssystem. Sehr gut, Marine. Mit Kameras könnten wir unser Personal finden. Waffen und Munition. Los, bedient euch. Ach, hier ist Munition. Nice. Let's go. Wow, wow, wow. Das heißt, wir können jetzt so viel ballern, wie wir wollen, weil wir haben Munition. Oh, oh. Holy shit. Oh mein Gott. Hier ist auch noch einer. Wow, wow, wow. Für Munition. Ah. Geht sich hier von der auch die Munition nach? Ne. Nimm ich mal eine andere Waffe mit, dass wir genug Munition haben, auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Hier, eine Energiewaffe. Bleiben wir nach. Und Munition. Alright, let's go. Ach so, wir müssen hacken. Oh, oh. Oh, what the fuck? Wow. Wer explodiert sich? Oh mein Gott. Okay, okay. Ihr blöden Roboter. Wow. Wow. Waffe wechseln. Oh, der krabbelt auf uns zu. Oh mein Gott. Wie viele das sind. Lachen wir mal nach. Oh. Okay, neue Munition für uns. Wow. Der lebt auch noch hier. Alter, wo kommen die denn alle her? Ah. Ich frage mich, ob unsere Kriegen auch sterben können hier. Wow, wow, wow. Wow. Okay, dann nehme ich mal neue Munition. Wow, wow, wow. Der Nachtzyklus war ja nicht so lang. Alter. Okay, dann machen wir ein bisschen Ruhe. Wow. Hilfe. Okay, neue Munition. Okay, durch hier. Ich will hier weg, ich will hier weg. Spawn hier wahrscheinlich unendlich Roboter. Kontrollpunkt erreicht. Ryan hier. Lassen wir die Tür einfach auf. Seid ihr verrückt? Na gut. So wie ihr möchtet, Leute. Was für ein Modus Share-Modus. Okay, hier rein. Sieht schon geil aus, wie sich der Planet hier oder der Asteroid dreht. Bei der Sonne. Ja, das sind sie. Und wo sind sie? Na, Landegebiet über den Minen. Ach, die leben noch anscheinend hier? Gehört das Recht, Krippen. So, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen. Okay. Ich erstatte der Red einen Lagerbrief. Gut. Wer gehört? Wir schaffen diese Leute hier raus. Die Mine ist genau vor uns. Geradeaus. Gehen wir. Stafford, check. Okay, let's go. Kontrollpunkt wieder erreicht. Die Erde braucht die Rohstoffe. Jetzt haben wir mal deren Volk auf. Ah, komm. Ne, wir behalten unsere Waffe hier. Ist das eine Munitionskiste hier? Jawohl. Maschine. Wir sind doch keine Maschine. Oh, oh. Okay, let's go. Oh, Gott. Die halten so viel aus, diese... Oh, oh. Okay. Ich hoffe mal, dass hier von... Nicht unendlich viele spawnen. Wo ist er? Here we go. Was? Ah! Der krawelt auf uns zu, dieser Pisser. Okay, wir brauchen Munition. Laden wir mal direkt nach. Zack. Und wieder neue Munition. Alles klar. Los geht's. Ich frage mich, ob wir von denen jetzt unendlich kommen werden. Oder nicht. Okay, wir laden nach. Und dann gehen wir mal ein bisschen vor. Das kann ja nicht so weitergehen hier. Oh, oh. Check this. Lebt der hier noch? Oh, hier. Ah, wie viele das sind, ey. Holy shit. Holy shit. Wow. Alter, wo kommen die alle her? Das kann doch nicht sein. Die kommen von irgendwo hier. Laufen wir einfach mal weiter, Leute. Wow, 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 wow. Das ist doch kein Problem für uns. Oh, man, muss denn das jetzt sein? Oh. Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Retribution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Die haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin warm. Wir wollen keine Unfälle. Formieren. Position ist hier keine. Dann gehen wir mal hier durch. Tja, stimmt dahinter. Ich bin Kommander Nick Reyes. Wir werden Sie retten. Ach, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein SDF-Schiff kam wie aus dem Nichts. Hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen. Die Olympos war hier, Captain. Unsere Micht haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg. Dann gibt es nur noch Sie. Der Landeplatz ist da draußen. Geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommen die Bots hier rein. Wollen Sie hier weg oder nicht? Holen Sie Ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Das sind ja ganz schön viele Leute hier. Fever, Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden, ich bin in Position. Okay, dieser Hebel öffnet Ihre Läden. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Let's go. Oh, oh. Oh, oh. Marines, schützt Eure Leute. Feuer und sobald bereit. Wird sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Find es. What? Wie viele sind das denn? Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott. Holy shit. Okay, holen wir mal unsere Drohne. Ne, das war was anderes. Ach, wir haben keine Drohne mehr. Alles klar. Wo, 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 wo. Wir haben den Boden. Wo. Ich muss Munition nachladen. Ja, hier eine Schwebegranate. Wow. Ich glaube, jetzt haben wir bald alle. Krass, hier war eben noch alles voller Roboter, ey. Wie wir die alle ausgeschaltet haben. Wuhu. Ah. Okay, wir brauchen gleich neue Munition. Okay. Wow. Okay, Munition nochmal. Ich glaube, wir haben alle. Jawohl. Wow, wow. Was war das? McDonalds. Oh, hier explodiert alles. Oh, no way. Oh, oh. Ich sehe nichts. Das Schiff ist heiß. Der Astruist ist instabil. Wir müssen hier weg. Ich gehe zu Ihnen. Nein, keine Zeit. Versammt die Scheiße. Oh, oh. Moment. Oma. Wir warten noch auf Oma. Wir müssen los, das Sorge. Hier brennt alles. Lass sie mich hier. Ich bin nur nicht links. Wir sind die Mission weg hier. Nein, stopp. Sota, stopp. Was ist dein Gefehl? Wow. Wir brennen. Sergeant. 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 Halt sie schon an. Los, umdrehen. Zurück. Sergeant. Er ist doch da unten, Sort. Sofort umdrehen. Er ist tot, Sir. Wir haben ihn zurückgelassen. Sie konnten nichts tun, Captain. Du hattest einen direkten Befehl. Ich bin die Pilotin des Chefs. Es ist meine Pflicht, uns heil zurückzubringen. Wir heben auf meinen Befehl hinab. Wir hätten erst gar nicht da unten sein sollen. Das entscheide ich. Die Mission geht vor. Omas Worte, nicht meine. Ich bringe meine Leute heim, Sort. Wir beide. Captain. Er ging freiwillig. Er musste nicht, Corporal. Zwei Sekunden, Sort. Er hätte nur zwei Sekunden gebraucht. Die zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht. Und wenn ich es gewesen wäre. Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Ich weiß nicht. Doch, tust du. Zögern heißt ein Loch im Schädel, Reyes. Wir beide wissen das. Es ging einfach nur so. Es geht immer auch anders. Nicht immer. Seit wann? Seit du der Käpt'n bist. Brücke an Raten. Legen Sie los, Gator. Uns liegt ein Notfallbericht vor, Käpt'n. Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein. Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht. Roger, wir haben Zivilisten an Bord. Verstanden. Bereiten hier alles vor. Ende. Dieser Tag ist noch nicht zu Ende. Wir sollten den Feind bekämpfen. Und nicht uns gegenseitig. Grünes Licht für alles, was nötig ist. Tut mir leid, Madomar Reyes. Mehr Aushalt. Wow, Leute. Das war mal eine krasse Mission hier auf dem Asteroiden. Direkt bei der Sonne. Ich hoffe, euch hat der siebte Part gefallen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne unseren Kanal EndbossTV abonnieren. Also Leute, haut rein und passt auf euch auf. Bis zum nächsten mal.